Ja, da bin ich wieder und jetzt geht's weiter im Heiligtum des Sion. Und diese Stelle, die habe ich total vergessen. Ich dachte, das Level wäre jetzt schon vorbei, sonst hätte ich die Folge jetzt nicht zu lang gemacht, die letzte. Aber gut, dann mache ich das hier noch. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich, ich hasse diese Stelle. Warum, ey? Warum? Ich muss doch... Hä? Hier war doch ein Schalter, glaube ich, oder nicht? Vielleicht auf der anderen Seite. Boah, diese Stelle, ne? Ich konnte die schon bei Anniversary nicht leiden. Und hier ist die Tür zu. Hä? Was? Aber wo ist denn hier ein Schalter? Hä? Hier war doch ein Schalter immer, oder nicht? Ähm, okay. Schalter? Irgendwie muss ich doch das Wasser ablassen. Oder kann ich hier schon irgendwo hoch? Nee, ich kann ja noch nicht hoch. Ja gut, da hinten, aber es bringt mir nichts. Da ist ein Schräge. Aber was? Ich verstehe gerade gar nicht... Oh, ist das ein Hebel? Ja, aber kein Unterwasserhebel, den kann ich noch nicht betätigen. Ey, wo muss ich hin? Ich bin total verwirrt. Deshalb hasse ich diese Stelle. Mann, oh. Hier muss doch irgendwo ein Schalter sein. Mein Jott hier. Hier ist auch keiner. Wo ist der Schalter? Ich suche einen Schalter. Schalter, wo bist du? Ey, hier ist einfach... Hä? Tut mir leid, Leute, dass ich so verwirrt bin, aber... Ich dachte, hier wäre immer ein Schalter. Ich verstehe gar nichts mehr. Und die Luft geht mir gleich aus. Also wieder auftauchen. Das kann doch nicht sein. Oh Gott, Lara, bitte. Halte durch. Toll, jetzt hängt sie fest. Geil. Ach, nö. Oh, nö. So, Schalter. Hier muss doch einer sein. Wo war der Schalter denn? Schalter, wo bist du? Also gut. Ich gucke jetzt mal hier so ganz in Ruhe. Ich gucke mal hier hinter, ob hier irgendetwas ist. Nein, hier ist nichts. Ist denn hier was auf der Ebene? Ja, Munition, aber... Das hole ich mir später. Schalter, wo bist du? Hier muss doch irgendwo einer sein. Okay, hier auch nicht. Äh. Äh. Schalter. Okay, hier ist auch nichts. Hä, was? Ich tauche nochmal auf. Sonst ist die Lara gleich dead. Also wenn ich den Schalter jetzt nicht finde... Ich muss... Äh. Keine Ahnung. Gucke ich mir das hier offscreen nochmal in Ruhe an? Das kann doch nicht sein, dass ich hier einen blöden Schalter nicht finde. So blöd kann auch nur ich sein. Schalter. Ich vermisse dich. Wo bist du? Schalter. Ey, wo... Ach, Mann, oh. Das ist doch so gemein. Wo ist denn hier ein Schalter? Hier muss doch einer sein. Was? Wo ist denn der Schalter? Ich gucke jetzt nochmal hier. Aber hier ist auch keiner. Was? Zum Teufel. Ey, hier ist... Hä? Wo ist denn hier ein Schalter? Oder musste ich hier irgendwo... Ach, Lara. Die stülpt mir gleich hier wieder weg. Oh, super. Ey, das... Ich bin jetzt fünf Minuten hier am Spielen und ich komme nicht voran. Was ist das denn? Oder muss ich hier irgendwo rauf? Das kann ja nicht sein. Muss ich hier irgendwo raufsteigen? Ja, da komme ich nicht rauf. Das ist ein Schräge. Das bringt mir doch nichts. Mann, 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 Mann. Wo ist dieser blöde Schalter? Ich finde den einfach nicht. Ich bin sowas von am Verzweifeln gerade. Das kann doch nicht sein. Schalter. Wo bist du? Ey, ich bin echt schälen, ne? Wo ist dieser doofe Schalter? Kann ich denn hier rein? Nee. Ich... Oh, nee, ne? Ich bin so doof. Natürlich. Oh. Ich bin so schäle. Ich trage doch schon ne Brille. Boah, was für ein Fail, ey. Oh, Mann. Ach, krass. Nein. Nein, das kann doch nur mir passieren. Ey, Lava. Dann nehme ich halt keinen am Lauf. Boah. Fünf Minuten habe ich dafür gebraucht. Krass, ey. Was geht hier ab? Oh, Mann. Das ist sehr peinlich. Halt dich fest. Geil. Ey, ich kann nicht aufhören zu grinsen, Leute. Ne? Wow. Was ist denn hier? Ich speichere mal schnell. Ich trau mich mal. So. Huch. Oh, hier ist es... Ach so, das Wasser ist direkt mit runtergegangen. Oh. Das sieht ja sehr merkwürdig da unten aus. Oh, oh, oh. Schubsen. Bitte nicht runter. Wow. Wie laut das mal ist, ey. Oh, da hinten ist... ...ein schwarzer Fleck. Sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Muss ich hier runter? Ich weiß es nicht. Ich speichere mal. Ich habe es zwar eben schon gespeichert, aber YOLO. Kann ich hier schon ran? Muss ich überhaupt hier hin? Ich weiß es gar nicht. Äh, sieht nicht so aus. Äh, sieht nicht so aus. Ach ja. Kann man mal ganz einfach nicht hin. Krass. Oh, das sieht aber sehr tief aus. Oh, das überlebt die doch nicht, oder? Doch, sie überlebt's. Überlebt die das auch? Ja, aber... Ja, aber... Wow. Das ist aber sehr klein hier. Warte mal. Das war, glaube ich, ein Zeitschalter. Oder? Ja, la... Schnell. Ich glaube, das war mit Zeit. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Schafft sie es noch? Yep. Ach, cool. Ach, cool. Jetzt geht's erstmal rauf. Ja... Oh. Hallo? Nimmst du das bitte? Uh, spitze Bubis. Sorry. Hey, wie... Hallo, wie weit denn noch? Also, jetzt reicht's auch mal. Hallo? Hm, ja... Zehntausend Jahre später? So. Komme ich denn jetzt endlich mal hier... Ey, es geht's nur weiter hoch. Ey. Wow. Wir sind angekommen. Irgendwas passiert da. Ich hab's im Gefühl. Oh, was? Ist das euer Ernst? Ey, übertreibt doch nicht. Hallo, ich bin doch schon tot. Immer müssen die Leute auf mich herumhacken. Sensionary of the Sion. Oh Mann, kann man die von hier schon sehen? Nö, jetzt sind sie noch nicht da. Genau, erst wenn ich das aufhebe. Ich könnte doch... 700? Ja. Ich werde mal speichern. Spiechern. Schon wieder. Kommt die hier rein? Es wird Zeit für ein Medipack. Ich bleib hier drin. Ich will da nicht raus. Also, wenn jetzt nur noch das Pferd da ist, dann gehe ich... Oh. Oh. Ja, 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 ja. Oh, schnell weg hier. Verdammt. Das hat mir was abgezogen. Ach, krass. Jo. Ja, wir sind wieder am Anfang. Cool, cool. So. Warte mal. Ich speicher zuerst. No. Was war das denn hier? Meint die... No. Hier kommt doch bestimmt jetzt noch was, oder? So, es tut mir leid. Ich muss einen ganz kurzen Cut machen. Aber jetzt geht's weiter. Und... Wir betreten... Hui, 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 hui. Einen neuen Raum gleich. Ach, das war so lustig, ne? Das Runterrutschen. So. Mal gucken, was uns hier erwartet. I still got a pain in my brain from you. And it's got me funny ideas now. Like to shoot you to hell. Ja, ja. Komm, geh mal... Oh, 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 oh. Er hat mich gleich umgebracht. Larsen. Lässt du das bitte sein? Larsen. Stirb. Ach, das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. Huch. So. Oh, Leute. Seht mal, was hier oben ist. Das wundervolle Sion. Das letzte Stück. Ich werde mal eben speichern. Hier. Sensionary of Sion. Und dann gucke ich mal, was hier ist. Hier ist einfach mal nichts. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wie die Lara hier jetzt rauskommt. Das finde ich ja schon sehr, sehr merkwürdig. Egal. Nehm das mal. Yep. Cool. Das eine Secret habe ich und ja, nur 13 Gegner habe ich umgebracht. So. Jetzt kommt eine Cutscene. You just pulled the tough end of a wishbone. Howdy. Afternoon. Left Larsen sucking wind then, eh? If that is the phrase. Well, your little vacation riot's over now. Time to give back what you've hijacked off me. Let's try the lunchbox. Well? Kill her! Hey! You morons! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, und damit verabschiede ich mich und im nächsten Teil, also im nächsten Bad, werden wir Natlas Minen machen, Natlas Minen, ich meinte Natlas Katakomben, in Top Rider 1 heißt das Natlas Katakomben, aber in Anniversary Natlas Minen, ich weiß nicht wieso, aber so ist das, ne? Okay, dann bis zum nächsten Mal, tschüssi!